Jo Leute, ich bin's wieder. Willkommen zurück zu Banjo-Kazooie. Im letzten Part haben wir Mad Monsters Mansion angefangen. Okay, Headset geht. Und jetzt sind wir in der Kirche. Was ich aber jetzt gerade ein bisschen verkacke. Leider. Ah, okay. Nein! Was ist das denn? Ist ja geschenkt wieder, ey. Ah, jetzt muss ich Ding spielen, ne? Hello. Mozart spielt auf seinen Orgelkasten. Kannst du mehr mit dir die Tasten? Nee, kann ich nicht. Wow. Den da. Aua. Dann so. Ist kein schwerer Stern. Ja, Stern. Ich sag immer noch Stern. Du hast Talent. Doch nun sieh her. Mache es mir noch. Es ist nicht schwer. Nee, ist wirklich nicht schwer. Wenn ich das wirklich so merken müsste. Aber... Ich muss sie einfach sofort einsetzen. Äh, ich kann's ja sofort machen. So. 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 Und hier ist der letzte. Oder da? Hatsch. Oh. 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 Danke. Warum ist die Sicht gerade so kacke? Ja, ich wollte eigentlich so machen. Da muss doch irgend... Ja, komm, lass mich doch mal in Ruhe. Das war knapp. Och, komm schon. Ist doch irgendwo hier oben. Kein Bescheid. Was ich aber nicht glaube. Ne, da sind auch nur Leben. Hm. Egal. Dann war es jetzt. Toll. Ich habe jetzt echt gedacht, ich fliege hier noch ein bisschen rum. Also muss ich das wohl anders anstellen. Oh mein Gott, die Tür geht wieder zu. Nee. Was ist denn jetzt? Komm. Machen wir das mal jetzt. Schau rein. Guck, 20. Da habe ich nichts mehr. Wow. Ja. Danke. Ich habe auch eigentlich so gut wie alles von diesen Teilen eingesammelt. ein Kürbissuppe. Ein Kürbissuppe mag ich nicht, aber ist trotzdem gut. Ich finde das witzig. Jippie, Fisch dick gehen. Yeah. Ich finde das witzig. Das hört sich an, wie wenn ich, äh... Was ist jetzt? Ah, der weg. Nein, 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 nein. Der kann mal wieder nix machen. Plutsch. So, die ganzen Noten ansammeln. Ist das ein Puzzleteil? Vielleicht noch nicht. Boah. Ja. Warum hat der gerade nix gesagt? Ipung, Bukon. Oh, die Sicht ist immer so... so perfekt, ne? Okay. Den geben wir nochmal da rein. Ich hoffe, da ist auch ein Puzzleteil. Ist nicht der Ruin, ernst. Hier ist ja nix. Der Tool. Irgendwie muss ich noch da hochkommen. Ich glaube... Wartet mal, ist hier nicht irgendwo. Äh, bin ich irgendwie falsch oder so? Ihr habt keine Ahnung, Hippie. Nein, 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 nein. Lass mich. Lass mich. Nein, nein, nein. Gut. Da müssen wir aber leider nochmal uns verwandeln. Ich hab da noch ein Puzzleteil im Kopf. Ich mein' ich zumindest. Ja, ja, ich mein' schon. So, erstmal ein Stückchen trinken. Ah, ich mag das nicht mit dem Verwandeln. Also manche sind echt cool. So wie der Koko. Der Nomnom Koko. Aber manche sind auch nervig. So wie hier der. So. Da rein. Gott. Dem, 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 dem. Ist hier nicht irgendwo. Jetzt sagt nicht, hier ist kein... Wir müssen doch eben auch den Rödelteilen hier geben, oder nicht? Was ist denn so? Yeah. Ich kann's trotzdem doch kaputt machen. Ah, hab ich doch gesagt. Ich wusste, dass da einer war. Sechs Stück schon? What? Ah ja. Okay. Das muss ich mal überlegen. Ähm. Ich mach jetzt mal die ganzen Türen auf. Sonst komm ich mit dem... Äh, wie heißt es jetzt? Mit dem Kürbis nehm ich's wohl hin, genau. Ich will nicht getroffen werden. Danke. So, nicht deren Ernst jetzt. Na gut. Nehm ich die Schuhe. Bin ich schnell unterwegs. Ich seh nix. Ah, okay. Da kommen wir auch noch rein. Wartet mal. Wartet mal. Nein. Oh nö. Oh nö. Oh nö. Oder nicht. Da hinten ist noch ne Tür. Okay. Ist hier noch... Ist nix anderes? Okay. Schade. Ach, verdammt. Da. Wo waren denn noch welche? Ist gerade ein bisschen tricky hier. Okay. Tut mir leid. Aber... Ich kann... Kann... Ich kenne doch noch nicht alle. In diesem Part werde ich glaube ich auch. Ähm... Das zu Ende machen. Wenn ich nichts mehr weiß, dann cutte ich einfach. Fällt dir aus. Ja. So leicht ist das. So, da muss ich rein. Da. Ich hoffe das war gut. Jep. Ja nö. Okay. Okay, da komme ich noch nicht hin leider. Haben wir schon da drinnen? Ich weiß es gar nicht. Das allererste was man eigentlich macht. So. Geh jetzt mal hier hin. Och nö. Ist noch viel schneller als ich. Ist mir sagt das so, ne? Aber hier muss man doch irgendwie auch hochkommen. Oder auch nicht. Okay. Wer wohnen denn nicht? Nein, 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 nein. Oh. Wow. Das war knapp. Das war... Knapp. Aha. Da wollte ich hin. Ich glaube hier kriegen wir aber auch... Tut es weh? Es tut nicht weh. Okay. Da müssen wir hin. Und hier ist irgendwo ein Loch. Da ist das Loch. So. Dann kriegen wir das Puzzleteil schon mal. Wenn man sich nicht bewegt. Sagen wir es mal so. Ich weiß gar nicht, ob... Komm, mach ich mal. Ist mir jetzt egal. Ich muss mich wieder... Ähm... Hier. Ich wollte schon entwickeln sagen. Ähm... Verwandeln. Und dann... Dann werde ich erst mal... Andere so scheiß... Ja. Ich hab den Namen vergessen. Scheiß-Panzer kaputt machen. Wir haben jetzt... Sie... Na... Ich wollte doch nur rollen. Komm noch mal. Ich bin aber schon wieder so unnötig. Diesen Partner nix erreicht, ey. Das gibt's ja nicht. Gibt's ja nicht. Ja. Brauche ich auch nicht. So. Ich glaub, die Toilette war irgendwo oben, ne? Boah. Das... Oh, schade. Was ist denn hier oben? Ach, da war ich noch nicht, oder was? Jetzt sagt nicht, der ganz oben ist. Darf kein Puzzleteil sein. Nee, du, nee, du. Wenn der wirklich ein Puzzleteil ist? Ah. Ja, der ist doch ein... Ich glaub, der darf uns nicht hören, oder so? Ich weiß jetzt recht gar nicht. Wer wagte es, Knopper zu wecken? Wo mag diese Wupplicht nur sein? Na gut. Stirb! Oh, schade. Na gut. Dann hab ich's doch richtig gerade gemacht. Kann ich ja schon wieder noch umklettern, aber... Quatsch. So. Nein. Du hast mir schon genug Schaden gemacht. Oh. Wir haben wirklich nur noch wenig Leben. Aber da hinten ist ja noch so ein... Honig. Raben. Bienennest. Ja. Komm, schieß einmal. Hast du auch mal deinen Spaß hier? Nein, nein, nein. Komm, komm. Oh, fuck. Fuck this shit. Okay, das ging. Alles klar. Boah. Ich dachte, ich verbrenne mich jetzt. Okay, ich muss auf den Türen bleiben. Ach, auf den Sitzen. Oh, die Hexe, die wird fluchen. Ihr Gold muss sie nur suchen. Ich werde mich bald rächen und wir Stäbchen euch zerbrechen. Oh, yeah. Alles klar. Unser 8es, ne? Ja. Dann noch die Jinjos. Ja gut, dann weiß ich doch noch alle. Die Jinjos. Und dann gibt es ja noch... Den. Die Toilette. Ich weiß aber gerade gar nicht, wo die ist. Und die Honigwabe. Die brauchen wir auch nicht vergessen. Die am Klo war. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt hier ist. Ja. Hier die Honigwabe. Darf ich nicht vergessen. Und... Hier müsste die Toilette sein, hoffentlich. Jo. Oh, komm. Hier ist die Toilette. Okay, gut. Und dann noch die Jinjos. Ähm... Ein Jinjo ist hier, denke ich. Oder ich habe den aufgesammelt. Das weiß ich jetzt nicht. Ich mache das jetzt so. Ah, oder ich kriege es nicht gebacken. Geht auch. Ach, nö. Naja, wenigstens leben. Er war aber kein Jinjo. Okay. Ich muss gerade ein bisschen überlegen. Wie viele haben wir denn? Okay, zwei fehlen noch. Ich glaube, die hatten wir schon mal. Weiß ich jetzt aber gerade nicht. Können die denn bloß stecken? Ja, beste Leistung übertroffen, danke. Danke, dass es mich. Was du mir das sagst. Aber ich glaube, hier sind auch keine mehr, oder? Noten. Ich mache jetzt so, damit ich nicht runterfliege. Da oben war keiner, ne? Okay. Na gut, dann verwandle ich mich jetzt wieder zurück. Weiß ich gar nicht, ob... Was würde ich jetzt sagen? Ach ja, in der Kirche. War da ein Jinjo? Weiß ich gar nicht. Komm, verwandeln wir mich wieder. Und dann holen wir... Sagen wir mal den letztes. Das letzte Puzzleteil. Dann müsste eigentlich der Part lang genug sein. Wie viel ich einfach mal hier um verwandeln rumlaufen musste. Boah, geil, danke. Das ist extra dafür da, falls man das Tor noch nicht geschlossen hat. Boi, oi, 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 oi. Ich glaube, genau in die falsche Richtung. Aber das ist okay. Das ist okay. Ich habe auch nichts anderes zu tun, die Pi. Lassen wir mich in Ruhe. Ein sehr schwieriges Labyrinth. War das hier? Weiß ich gar nicht. Jo. Erste. Fakt ist das Scherz. Eins fehlt noch hier, glaube ich. Oder? Hoffentlich. Nur eins. Ja. In die Toilette mit dir. In die Toilette. Viel Spaß. Danke. Ich weiß gar nicht, was hier jetzt abgeht. Yippie. Jinju? Kein Jinju. Aua. Jetzt wirst du wieder hochgespült. Alles klar. Wer taucht, der auch alte Socken haut oder so? Keine Ahnung. Ich lese das gar nicht mehr durch. Wo? Ähm. Ja. Ich finde auch die Jinjus. Ich glaube, die kann ich aber alle jetzt mit Banjo fangen. Warte mal. Passiert nicht irgendwie was, wenn ich da... Okay? Okay. Alles klar. Warte, da ist noch ein Jinju. Ja. Ja. Hm. Hm. So. Ein kleiner Cut gewesen. Und ich habe auch schon das mit. Die, die ich brauche. Soll ich gleich noch ein kleiner Cut. Mega. Ich glaube, aber den hatte ich nicht vorher. Lass mich hin. Ruhe. Ja. Komm. Oh, ich dachte schon, der springt denn jetzt in den rein. So. So. Ähm. Ist hier noch was Wichtiges? Boah, lass mich einfach in Frieden. Irgendwas ist bestimmt mit der Kiste. Hm. Dann doch nicht. Ja gut. Der andere müsste doch noch im Labyrinth sein, oder nicht? Ich habe nur geguckt, wo die sind. Ich habe nicht gemerkt, welche das davon waren. Lass mich in Ruhe, Biddy. Ja. Danke. Und die Noten werde ich natürlich ähm Dings machen. Ne? Das ist Bescheid. Werde ich cutten. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Okay, dieser Part war jetzt ein bisschen extrem lang, weil ich glaube ich, weil ich einfach nichts gemacht habe. So gut wie gar nichts. Ah, Scheiße. Ja, hier. Ja, komm. Eine Sache habe ich jetzt gerade vergessen. Ja, das mache ich einfach mal so. wenn ich mal fünf Minuten mehr Zeit habe. Ist das nicht hier? Ja. Ich glaube hier, ja. Wenn man diesen Kürbis hat, muss man hier rein. Oder kann man das zu Kaffee machen? Ne? Der kann sich auch nicht da reinkriechen, so ne? Ne, geht nicht. Oder so. Wie, wie, wie. Geht dann wenigstens... Ach so, das geht nach oben. Ja klar. Verstehe. Ja gut. Dann werden wir uns im nächsten Part sehen. Ich weiß gar nicht, wie lange der Part jetzt ist. Und... Und... Dann sehen wir uns in den Milchzimmern. Wenn ihr weiterkommen wollt. Und... Und... Muss jetzt... Bär und Vogel sind so dumm, laufen nur im Kreis herum. Ja, danke. Ähm... Ja. So. Das ist mein Ende. Wir sehen uns am nächsten Tag. Und... Und... Tschüss. Tschüss.